Wir haben einen schlimmen Notfall, Freunde. Opa braucht Sirup. Also gehen wir zum Sirupbaum und holen welchen. Die Mini-Helfer legen los. Der Sirupbaum, wir haben ihn gefunden. Ich drehe einfach an diesem Ding und... Juhu, wir haben frischen Sirup. Der läuft aber langsam. Ich drehe noch etwas auf. Ups. Alex! Hallo, Opa. Ich besorge Ahornsirup. Jede Menge. Das Ding geht nicht mehr dran. Ja, der Sirup ist total klebrig. Oh, oh. Ich weiß. Geschafft. Ich habe den Sirup gestoppt. Naja, das meiste. Aber keine Sorge, die Mini-Patrol wird uns helfen. Vielleicht brauchen wir etwas mehr. Hilfe. Äh, kommst du an mein Handy? Ja, die Paw Patrol ist da. Oh, Wasserdüsen. Das ist ja eiskalt. Aber dafür klebt es nicht mehr so. Habe ich recht? Dankeschön, Marshall. Los, Opa. Komm. Alex, warte. Oh, Entschuldigung. Alles halb so wild. Wir reparieren den Zapfhahn. Stimmt's, Rocky? Worauf du dich verlassen kannst. Greif was. Also auf drei ziehst du deinen Finger raus. Eins, zwei, drei. Das wäre geschafft. Die Pfannkuchen sind total lecker. Ich kriege kein bisschen mehr runter. Wenn die Paw Patrol nicht gekommen wäre, dann würden Alex und ich immer noch im Wald feststecken. Ja, danke, Ryder. Alex, wenn du wieder mal festklebst, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.